Hallo lieber Tieftonliebhaber, alter Schwede. 1,6 Millionen Views. 1,6 Millionen. Danke, danke, danke. Wow, ich bin sprachlos. Gerade eben hat mich ein Freund gefragt, wie viele Klicks oder Views hast du überhaupt auf deinem YouTube-Kanal? Und ich hab gesagt, ja, keine Ahnung, warte, ich guck mal kurz nach. 1,6 Millionen. Mich hat's fast vom Stuhl gehauen. Ich kann euch oder jedem Einzelnen von euch nur einfach tausendmal dafür danken, dass ihr euch meine Bassunterricht-Videos anschaut. Und ich hoffe natürlich, dass euch meine Videos auch inspirieren und euch als Musiker und als Bassisten weiterbringen. Dass ihr lernt, dass ihr das Lernen lernt, das Üben lernt, natürlich das Bassspielen lernt, aber dass ihr vor allem erfahrt, wie irre es ist, mit einem echten Instrument Musik zu machen. Was für ein tolles Gefühl es ist, besser zu werden, Fortschritte zu machen, sich weiterzubilden, Musik zu machen. Nochmals, danke. Macht weiter so. Ohne euch, ohne ein Publikum, ohne Schüler macht Online-Unterricht natürlich keinen Sinn. Also schaut euch gerne meine Bassunterricht-Videos an und bildet euch weiter. Und schaut auch auf meine Webseite floriansbassunterricht.de und meldet euch an. Dann bekommt ihr Zugang zu super Basskursen, in denen alle Videos in der richtigen Reihenfolge stehen und die mit jeweils speziellen Übungen und Playlongs versehen sind. floriansbassunterricht.de, der mittlerweile größte deutschsprachige Online-Bassunterricht. Also auch dafür ein super unglaublich großes Dankeschön an jeden Einzelnen. Ganz klar, die Welt braucht mehr Bassisten. Also schnapp dir deinen Bass und werd besser. Mach Musik. Ich wünsche dir dabei wie immer viel Spaß. Auf in Richtung 2 Millionen Views. Danke, danke, danke. Weiter so.